Außerwählung, Vorgrundlegung der Welt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Zu Beginn möchte ich vorlesen aus Jeremia Kapitel 1 Vers 5, wo es heißt Noch ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erwählt. Und ehe du das Licht der Welt erblicktest, habe ich dich geweiht. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ja, in diesem Vers geht es um die Berufung des Propheten Jeremia. Dass Gott der Vater, der Allherrscher, ihn, noch ehe er das Licht der Welt erblicken konnte, erwählt hat zu einem Werkzeug des Heils. Behalte diesen Vers bitte im Hinterkopf, denn diese Aussage im Alten Testament bestätigt sich auch im Neuen Testament. Nachfolgend zwei wunderbare Verse, die an den obig genannten Vers anschließen. So heißt es in Bezug auf den Sohn Gottes folgendermaßen. In Johannes 17, 24 heißt es Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir verliehen hast, denn du hast mich schon vor der Grundlegung, ich wiederhole, vor der Grundlegung der Welt geliebt. Oder 1. Petrus 1, 20, wo es heißt, er war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen, also es bezieht sich hier auf den Herrn Jesus Christus, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden, euch zugute. Oder auch Matthäus Kapitel 12, Vers 18, dort heißt es So erkennen wir wunderbar, dass Gott der Vater seinen Sohn vor Grundlegung der Welt geliebt hat, was bedeutet, dass er logischerweise zuvor und vor der Schöpfung dem Vater beiwohnen musste. Klar, denn Gott der Vater schuf die Welt schließlich durch sein Wort, die Weisheit, dem einzig geborenen Gottessohn, der später als der Menschensohn mit dem Namen Jesus offenbar wurde. Für mehr Infos zu diesem Thema prüfe auch gerne die Videos in der Infobox. So heißt es an anderer Stelle in Bezug auf einen jenen Nachfolger Jesu in Epheser 1, 4, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Und daran schließt auch Epheser 1, Vers 11, also sieben Verse weiter, gerne nochmal selbstständig prüfen. Oder 1. Thessalonicher 1, 4, also Kapitel 1, Vers 4. Wir wissen von Gott geliebte Brüder und Schwestern, dass ihr erwählt seid. Oder 2. Thessalonicher 2, 13. Wir aber sind verpflichtet, Gott für euch vom Herrn geliebte Brüder alle Zeit Dank zu sagen, weil Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, durch die vom Geist gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit. Oder, auch sehr spannend, Jakobus Kapitel 2, Vers 5. Hört mich an, meine geliebten Brüder. Hat Gott nicht gerade die, welche für die Welt arm sind, dazu erwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Auch an dieser Stelle der eindringliche Wortlaut vor Grundlegung der Welt, wie wir es in Epheser 1, 4 lesen konnten. Vor Grundlegung der Welt oder von Anfang an zur Errettung. Von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Ja, der Herr kennt die Sein-Sinnt, laut 2. Timotheus 2, 19. Für unseren Vater im Himmel ist es logischerweise offenbar, wer zu ihm gehört, wer den Lauf vollendet und wer nicht. Die Kinder des Lichts zeichnen sich aus durch den Glauben, an dem gesunden Wortlaut des Evangeliums, der in Frucht und Abgeschiedenheit von der Welt einhergeht. Wie es eben in Jakobus 2, 5 heißt. Welche für die Welt arm sind, dazu erwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein. Das heißt, die sich nicht an die Welt gebunden haben. In der Welt, aber nicht von der Welt. Jesus war reich, aber nicht weltlich gesehen. So heißt es in 2. Korinther 8, 9. Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obschon er reich war, doch um euretwillen arm geworden ist, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Nun zu den Fragen. Wann war Jesus reich? Ich sage, als er dem Vater im Geiste beiwohnte, als er die Göttlichkeit in ihm besaß. Wann wurde er arm? In dem Moment, als er sich entäußerte, beziehungsweise entleerte und Knechtsgestalt annahm. Philippa 2, 6 bis 7. Wann wurden wir durch seine Armut reich? Indem er das Gesetz erfüllte und wir durch ihn, dem Mittler, dem Sohn Gottes, endlich den Eingang zum Vater finden konnten. Durch seinen Geist. Ja, haben wir den geistlichen Reichtum erlangt, dann werden wir weltlich gesehen Abschied nehmen können. Deswegen zeigt uns vor allem auch der Jakobusvers, wie wir Brüder und Schwestern im Glauben erkennen können. Ja, an der Frucht in der Liebe zueinander, aber vor allem auch in Bezug auf die Trennung der Welt. Jeder Mensch, der sagt, er werde Christ, aber die Welt liebt, ist noch nicht aus Gott gezeugt und demnach ein Lügner. Gott erwählte seinen Sohn vor Grundlegung der Welt und genauso hat uns der Vater in seinem Sohn erwählt, dass wir des Sohnes geistliche Fülle ebenso in uns wirken soll, damit wir aus dem Weltlauf dieser Zeit entrinnen, beziehungsweise entfliehen und in die Familie Gottes eingepfropft, werden können. Ja, prüfe hierfür Römer 11. Auch an dieser Stelle wieder der Hinweis, erkenne die Verbindung von Vater zu Sohn, von Sohn zu den neugeborenen Christen. Nicht Vater, Sohn, Heiliger Geist, sondern Vater, Sohn, neugeborene Christen, Schrägstrich, Gemeinde. Die Gemeinde Gottes, die wahren neugeborenen Christen, Nachfolger Jesu. Und prüfe hierzu auch gerne nochmal zur Festigung die Videos in der Infobox. So sagte der Herr Jesus auch eindringliche Worte, wenn es darum ging, sich von der Weltzeit zu trennen. 1. Johannes 2,15 Habt nicht lieb die Welt. Auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Oder Lukas 14,26 Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und seine Mutter, sein Weib und seine Kinder, seine Brüder und seine Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben hasst, so kann er nicht mein Jünger sein. Oder Johannes 12,25 Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zu ewigem Leben bewahren. Oder Jakobus 4,4 Ihr Gott abtrünnigen Seelen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Sehr eindringliche Verse. Ja, so hat der Gott der Götter Menschen nach seinem Wohlgefallen auserwählt, damit jene seinem Sohn gleichförmig gemacht werden sollen. Der Sohn, der Wohnung nimmt. Ja, der Herr Jesus Christus, das Wort und die Weisheit, die von oben herabgesandt wurde, demjenigen zum Heil, der an der Wahrheit und nicht an der Lüge der Weltzeit festhält. So heißt es in Johannes 15, Vers 19 Wenn ihr aus der Welt wehrt, so würde die Welt euch als das zu ihr gehörige Lieben, weil ihr aber nicht aus der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, deshalb hasst euch die Welt. Ja, raus aus Babylon, denn die Welt ist Babylon. Bist du ein Kind von der Welt, dann werden dir diese Worte sehr wahrscheinlich nicht gefallen, da der Sinn eines Weltmenschen das Geistliche nicht verstehen kann. So ist der Fokus auf das Zeitliche und nicht auf das Unvergängliche gerichtet. Nun, nach was trachtet wohl der Geist Gottes? Nach Vollkommenheit, nach Heiligung in Wahrheit. Ja, und so trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Wunderbar! Denn nur so wird offenbar, wer geistlich angetrieben wird und wer nicht. 1. Korinther 11, 19 sagt, Es muss ja doch auch Parteiungen bei euch geben, damit die Bewerten unter euch erkennbar werden. Wir leben in der Welt, sind aber nicht von dieser Welt, deshalb sondern wir uns vom Schmutz der Welt ab, weil der Ruf uns dazu treibt, Gott wohlgefällig zu leben, das heißt, dem Sohn gleich zu tun, um den Vater zu ehren. Die Welt hasst die Wahrheit, deswegen lehnt sie auch den Sohn Gottes ab, weil jener die Wahrheit ist. Deswegen legt sie, also die Welt, auch alles daran, dich von der Wahrheit wegzuziehen, dich in einem verblendeten Zustand zu hinterlassen, damit du den Schmutz der Sünde weiter frönst. Aber nein, das geziemt sich aber nicht als Nachfolger Jesu. Deswegen so zieht nun, als von Gott aus Erwählte, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Gütigkeit, Demut, Sanftmut und Geduld an, laut Kolosser 3, 12. Ja, es ist ein geistlicher Kampf und der Feind wird erst ablassen, wenn er merkt, dass er sich mal zu mal die Zähne an deinem starken geistlichen Fundament ausbeißt, wenn er merkt, dass du deine Waffenrüstung nicht ablegst, sondern stets Tag ein, Tag aus trägst. Deshalb, so ermahne ich euch denn, ich der Gefangenen im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch gegangen ist. Wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, laut Epheser 4, 1. Ja, man merkt, ob man zur Welt gehört oder nicht. Wer die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters nicht in sich. Der böse Same ist von der Welt. Der gute Same, die Kinder des Lichts, stammen nicht von dieser Welt. Nochmal, Gott kennt, die Sein sind und jene werden auch wahrlich gläubig, so wie es auch nachfolgend heißt. In Apostelgeschichte 13, Vers 48. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn und alle, und alle, soweit sie zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Oder 1. Petrus 1, 2. Und nach der Vorersehung Gottes des Vaters dazu auserwählt sind, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi zu gelangen. Gnade und Friede möge euch immer reichlicher zuteil werden. Oder Jakobus 1, 18. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Oder auch Epheser 1, 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm, also im Sohn. Und in Sirach, Kapitel 32, Vers 14 heißt es, auch sehr schöner Vers, wer den Herrn sucht, erhält Belehrung oder Unterweisung und die eifrig nach ihm trachten, erlangen sein Wohlgefallen. In Epheser 1, 9 heißt es, nach seinem Wohlgefallen. Wie erlangen wir Gottes Wohlgefallen? Wenn wir nach ihm suchen. Wie können wir nach ihm suchen? Wenn wir in der Schrift lesen und danach wandeln in Wort und Tat. Wie die Spreu vom Weizen. Ja, der gute oder der böse Same. Wie auf der ersten Folie bereits anhand von verschiedenen Versen aufgezeigt, ist die Erwählung Gottes etwas, was nicht aus uns heraus verdient werden kann, sondern einzig und allein von der Gnade Gottes resultiert. Wer ist ein Gefäß des Heils und wer ein Gefäß des Zorns? Die Frucht wird es früher oder später offenbaren. Die Offenbarung des Johannes bestätigt die Auserwählung Gottes ebenso in Bezug auf die Menschen, die von Anfang an nicht, nicht dazu bestimmt waren, im Lebensbuch des Lammes zu stehen. So heißt es auch in Offenbarung 13,8. So werden ihn denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Oder auch Offenbarung 17,8. Das Tier, das du gesehen hast, ist schon früher da gewesen und ist jetzt nicht mehr da. Doch wird es aus dem Abgrund wieder heraufsteigen und ins Verderben fahren. Da werden dann die Bewohner der Erde sich verwundern, die, deren Namen nicht eingeschrieben steht, im Buch des Lebens seit Grundlegung der Welt. Wenn sie sehen, dass das Tier schon früher da gewesen war und jetzt nicht mehr da ist und nunmehr wieder da sein wird. Ja, auch nochmal wichtige Verse. Hier an dieser Stelle auch nochmal der wichtige Hinweis, den Kontext zu prüfen und die Verse zuvor nochmal selbstständig zu lesen. Alle Menschen, die bis zum Ende der Drangsal an ihrer Gottlosigkeit festgehalten haben und dementsprechend nicht Buße taten, werden am Ende nicht in das ewige Leben eingehen. Wer sind jene Menschen, die vom Bösen geblüht? So heißt es in Weisheiten Salomos, Kapitel 12, Vers 10 und meines Erachtens ein sehr wichtiger Vers. Dort heißt es, aber indem du das Gericht nach und nach vollzogst, gabst du ihnen die Möglichkeit der Umkehr, obgleich du wohl wusstest, dass ihr Ursprung böse war und ihre Verworfenheit angeboren und dass ihre Sinnesart sich in Ewigkeit nicht ändern würde. Das Wort der Erwählung nochmal genauer untersucht. Auf der linken Seite habe ich hier einen Auszug von biblehub.com zum Wort Eclectus, Strong Word Nummer 1588. Die Definition haben wir hier oben. Es bedeutet ausgewählt oder auch implizit bevorzugt. Die Verwendung auserwählt manchmal von denen, die von Gott auserwählt wurden, um ihm einen besonderen Dienst zu erweisen. Und bei den Helps Word Studies, also den Helps Word Studien auf Deutsch, heißt es dann auch, typischerweise beschreibt Eclectus, auserwählt oder erwählt, Menschen, die sich dafür entscheiden, dem Herrn zu folgen, das heißt Gottes Wahl zu werden, indem sie aus freien Stücken den Glauben von ihm empfangen. Dementsprechend sind diese beiden Begriffe unmittelbar miteinander verbunden. Vergleiche Titus 1,1 und Lukas 18,7. Diese Verse habe ich hier auch nochmal und diese Verse werde ich jetzt auch nochmal vorlesen. Also weitere Verse zur Auserwählung. In Römer 8,33 heißt es, Wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Gott ist es ja, der sie rechtfertigt. Oder 1. Petrus 2,9. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk und sollt die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Oder Lukas 18,7. Sollte nun Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, auch wenn er Langmut bei ihnen übt? Oder 2. Timotheus 2,10. Deshalb ertrage ich auch alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil, das in Christus Jesus begründet ist, samt der ewigen Herrlichkeit erlangen. Oder auch Titus 1,1. Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, bestellt für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt. Tja, an viele Menschen erging der Wortlaut des Evangeliums. Die einen nahmen es dankend an, die anderen lehnten es wiederum ab. Denkt an dieser Stelle an das Sämangleichnis. Viele glauben, aber am Ende gibt es nur wenige, die auch daran festhalten und Frucht bringen. So kann natürlich zwar jeder von sich behaupten, er wäre ein Auserwählter, aber wie es halt so ist, zeigt sich die Auserwählung nicht durch Wort alleine, sondern immer im Zusammenspiel, wie ich es schon sagte, in Wort und Tat. Ja, und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video wieder etwas Erkenntnis dazu schenken, beziehungsweise eure Erkenntnis erweitern und wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Wie immer gilt, prüft alles, behaltet das Gute und nährt euch vom Wort laut Matthäus 4.4 und so Gott will, bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao.